Energie, Mobilität, Big Data oder Klimawandel. Alle haben eines gemeinsam. Mathematik spielt eine elementare Rolle. Sie ist essentiell für uns alle. Jeden Tag. Unsere Welt mit Mathematik jeden Tag ein Stückchen besser zu machen, ist das Ziel von Math+. Dabei ist das einzigartige am Forschungszentrum der Berliner Mathematik. Das ist der Wille zur Kooperation, der in Berlin seit fast 40 Jahren existiert. Das ist die Kooperation über Fächergrenzen hinweg mit den Ingenieurswissenschaften, mit Geistes- und Sozialwissenschaften, mit den Life Sciences. Das ist aber auch in der Mathematik die Kooperation. Tiefe mathematische Forschung zusammen mit anwendungsorientierten Fragestellungen aus der Mathematik. Und die schiere Größe. Wir haben über 500 Mitglieder, davon über 200 Promovierende. Getragen wird MathPlus von den drei großen Universitäten in Berlin. TU, FU und HU. Hinzu kommen die zwei Forschungsinstitute, Weierstraß-Institut für Angewandte Analyse und Stochastik sowie das Zuse-Institut Berlin. Ein solcher Zusammenschluss im Bereich der Mathematik ist weltweit einzigartig und birgt durch seine Vielfalt ein enormes Potenzial. Das Besondere an MathPlus ist, dass so viele Menschen aus aller Welt und verschiedenen Kulturen bei uns forschen. I would say MathPlus is unique because of its interdisciplinarity. Forschen mit Kleinkind ist nicht immer so leicht. MathPlus ist aber sehr familienfreundlich und unterstützt bei allen Fragen. MathPlus deckt die gesamte mathematische Breite ab, von theoretischer Mathematik bis hin zu gesellschaftsrelevanten Anwendungen. I would say applied mathematics. The sheer diversity of applications from engineering to sciences to history, you know, that's what makes it special. Berlin ist weltweit der führende Standort in interdisziplinärer, mathematiknahe Forschung. Unter dem Dach von MathPlus wird herausragende interdisziplinäre Forschung betrieben. MathematikerInnen verschiedener Einrichtungen arbeiten zusammen mit WissenschaftlerInnen anderer Fachrichtungen, ergänzt durch herausragende Neuberufungen. Die verschiedensten Menschen forschen demnach zusammen an unterschiedlichsten Fragestellungen. I work in algebraic geometry, which is a study of shapes that can be defined using equations. I work with Gavi Fakash, who is a world-renowned mathematician in this field. But there are also a lot of excellent postdocs and PhD students here in Berlin. So it's a very nice ambience and we have a lot of opportunities. In meiner Arbeit forche ich zusammen mit dem Potsdamer Klima-Institut und wir arbeiten daran, Methoden zu entwickeln, um Kipppunkte in Klima und auch im sozialen System analysieren zu können. Wir wollen damit besser verstehen, unter welchen Umständen und auf welchen Wegen ein System kippt. Der Vielfalt, der Diversität, der Zusammenarbeit und den Kooperationen sind bei MathPlus keine Grenzen gesetzt. Mein Projekt ist ein interdisziplinäres Projekt zwischen der Mathematik und der Verkehrsplanung. Wir konnten unter anderem zeigen, dass bestimmte Resultate von dem mathematischen Modell auf eine Verkehrssimulation übertragbar sind. Das ist sehr wertvoll, weil wir die Verkehrssimulation weltweit nutzen. Unter anderem wurde sie auch genutzt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu simulieren. We're doing research in mathematical modeling of semiconductor lasers and hardware components of semiconductor quantum computers together with mathematicians, experimental physicists and engineers. MathPlus hat eine exzellente Nachwuchsförderung. International herausragend ist das Promotionsprogramm Berlin Mathematical School, kurz BMS. Sie bietet eine gezielte Frauenförderung und viele Maßnahmen für Frauen. The BMS is the graduate school of MathPlus. That is an excellent PhD training program. The advantages of the BMS is that it offers scholarships and its internationality. So students came from all over the world. We are also supported with soft skills training, mentoring program, and we have the opportunity to interact with these scholars from all over the world. MathPlus versucht unsere Welt mit Mathematik jeden Tag ein Stück besser zu machen. Innovativ, international, interdisziplinär und vielfältig. Das ist das Exzellenzcluster MathPlus. Math minimal investiert über günstmöglich. Best Vielen Dank.